Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von NEGOS. So, jetzt haben wir das weiter Ding. So war, hol das doch mal, wir müssen es nähen. So. Und jetzt, kommen wir da durch. Und auf oben ist das nächste. Da kommen wir durch. So war es jetzt, jetzt waren wir. Warten wir, dass die beiden auch sind. Mein ist jetzt genauso zurück. Eieiei, Mama Mia. Da fahren wir natürlich wieder rein. So, jetzt gehen wir durch. So, jetzt gehen wir durch. Winkenlang. Also das zweite Bildchen. Mal aufpassen, diese zugeben. Ui, das ist doch knapp. So, und jetzt schnell. Ui, und jetzt? Ich fühl euch an, das ist doch ein notch. Warten wir mal. tien, es war lengthen. Was ist das? Ach, gerne. Jetzt ist das selection. Da ist noch eine Handel 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 Ah, die Tiener ist das, was ich hier bin. Das war's für heute. 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 Huh? Das war's für heute. 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 Okay. Okay. Das war's für heute. 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 No, I'm up. Angriff der Klonkrieger. Level abgeschlossen, freie Spiele, Schaltgesandt, Episode 2, Gemeister, Super-Stories freigeschaltet. Yoda. Bahara Jedi. 67%. Steine gesandt. 62.540. 1. 2. Mini-Bids. 14.560 Steinen. Story beenden. In der nächsten Folge geht es mit Episode 3, Die Rache der Seth weiter. 11,6%. Obi-Wan, Kenobi und Yoda. Und in der nächsten Episode geht es weiter mit... Ne. Muss man erstmal hier raus, ne? Ne, muss man dann fertig machen. Einen Augenblick. Ja, hier vorne raus. Nächstes geht weiter mit... Die Rache der Seth. Episode 1, Schlacht über Kuruskant. Das war's für diese Folge. Das war's für diese Folge. Vielen Dank.